Du bist seit vielen Jahren quasi Multiunternehmer. Was ist das, was die Reiz am Unternehmer sind? Also mir macht es vor allem Freude, etwas zu verändern mit meiner Arbeit und gute Arbeit vor allem zu machen. Wenn man gute Arbeit macht, ist es ein schönes Gefühl, auch was man nachher hat. Wenn die Qualität wertgeschätzt wird und wenn das Produkt dann auch wirklich sehr gut angenommen wird. Was ist das, was du anders machst in deinem Unternehmen? Ich versuche immer Sparten zu finden, die relativ wenig besetzt sind und diese dann sehr gut auszubauen. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Kaviar-Projekt sind wir der einzige Betrieb, der auf das Borax, auch das Konservierungsmittel verzichtet komplett. Unser Kaviar ist dafür weniger lang haltbar, also keine sechs Monate, sondern nur sechs Wochen. Macht aber überhaupt nichts mehr. Eine Milch ist auch nur drei Wochen haltbar. Also insofern... Und überhaupt nicht? Ja genau. Dafür verzichtet man aber auf den ganzen Schrott, der nicht sein muss. Bei unseren Fischen arbeiten wir nicht mit den klassischen Betonlaufbecken, wie das normal in der Aquakultur ist, sondern mit den Naturteiche. Die Fische können friedlich und harmonisch wachsen und gedeihen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Qualität des Produkts wider. Also wir gehen da andere Wege, die letztendlich zu einer wesentlich höheren Qualität führen. Und was würdest du noch wünschen an Rahmenbedingungen, die dir deine Arbeit erleichtern würden? Ja. Weniger Bürokratie, weniger Stress durch irgendwelche Verwaltungsorganisationen oder wie es überall sind. Also leider muss ich ungefähr ein Drittel meiner Zeit für solche Sachen verschwenden. Ihr kennt das sinnvoller quasi in deinen Betrieb investieren. Ganz genau. Dankeschön.